Wir haben zwölf Runden tapfer mitgehalten. Wie gehst du an diesen Kampfranden? Ich habe mich diesmal zwar ein bisschen besser vorbereitet, weil ich glaube ich reifer geworden bin. Ich gehe daran wie an jeden anderen Kampf. Ich versuche immer mein Bestes zu geben bei jedem Kampf, egal welcher Gegend, aber am Ende sind auch steht. Vielleicht mein Bestes geben kann ich nicht. Ist das, also es macht keinen Unterschied, ob das jetzt ein bekannterer Name ist, ein unbekannterer Name, Vorbereitung, wie immer. Hast du ein bisschen pausiert, warst ein bisschen verletzt, dann ein bisschen krank, ein paar Kilos zu viel, dann wieder ein paar Kilos drunter. Wie hast du das gemacht? Gab es da ein bisschen Umstellung im Trainingsbereich? Also bestens vorbereitet für Samstag. Ich kann nun mal beten wir noch ein paar Kilos gl seventy Rogers sein. Wie heart, dich hat das, eigentlich split?